Jugga? Ja, ja Sigi, Jugga ist hier am Start, am Stizzl. Wissens nicht. Du bist ehrlich, der die Punkte hat, um hier die verkackte Tür aufzukaufen. Sieh zu, Junge! Da! Digga! Was macht der mit Absicht? Boah, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ja, ich sterbe. Ähm, soll ich fragen? Ich hatte ne Runde, so wie kein Joggernaut der Wolf. Ja, aber wir sind nicht mal ne Zombie-Runde. Richtig, aber mich haben drei Fliegen auf einmal angekotzt. Das ist auf jeden Fall, äh, Sweetie Ass... Weißt du, wie du liegst? Aua! Du liegst ja breitbeinig vor mir, ne, mit deiner dicken Knarre. Das sieht schon ein bisschen, äh, besonders aus. Ja, ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll, ne, aber... Level 7! Na, Schnellfeuer. Ach, guck mal, jetzt krieg ich langsam die, die sachen hier. Moment, Moment! Moment! Ich weiß, das hat mir gemacht! Was? Ich hab ja gesagt, ähm, wann wollen wir eigentlich immer das Ritual machen. Ja, aber ich dachte, du hättest ja für wenigstens schonmal das Erste gemacht! Die Haken hab ich komplett verpeilt Wow Achso ist das auch hinter dir? Oh wow Danke Oh Juck Junge Nein 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 Doch Ja man Idiot Wir sind in Runde 8 und haben noch nicht mal ein zweites Ritual gemacht Wow Echt jetzt du kriegst sofort die Brettschi Ja Ja Ich aim Ohne Witz ich aime schlechter als auf der Konsole Äh die haben Ach du Ja Wunder 10 also das kann man auch schneller haben Wow Hab ich mich grad verjagt ey Ich hab noch keinen Jugger Bin ich bescheuert? Bin ich bescheuert? Eieieie Jetzt weiß ich warum du so reich bist Du bist auch lebensmüde Jetzt weiß ich warum ich gerade so tot bin Ich wollt grad ein Ritual machen man Weiß ich kauf mir Speedcool aber keinen Jugger Ich bin echt die Krönung ey Jakobs Krönung Ich hab meine Eistung Hi Oh Wo kommst du denn her? Ey Johan ich bringe einen Park für dich mit Das war genau die richtige Menge Gewalt Mein ist fertig Na Gott sei Dank Es wurde auch schon knapp Ey aber kann ich mir über Zombies rüberspringen? Yo War natürlich klar Genau dann noch einer kommen muss Ich überspring mal die rechte Verlesung und leg euch alle gleiche um Nein Oh Gott Ich bin so ein Idiot Komme Wow Ich bin so ein Idiot Da war voll mal wie war das Fuck hier liegt Kaboom bei mir direkt im Weg Boah Fleisch Sieg gebraten Geht das gerade um meine Waffe Fleisch agar oder? Ah genau Nein Du Kameradenschwein Ich muss das machen und sie ist nicht gestorben Also schieb sie jetzt mal Ah Ah Alles klar Digga Wenn ich hier alleine bin Kätzchen die mich ein Das weiß ich Dann sterbe ich Das hätte ich jetzt mehr als einmal Ich muss gerade mal kurz überlegen Fünfte Seele Ähm 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 Alles klar Ich Ich hau hier ab Also ich gehe hier weg Hörst du auf den Namen Magpa? Nein Viele Zombies Die ich irgendwie Zusammenlaufen muss Dieses scheiß Inseckenfisch Alter Das geht mir so auf Eier Hör ich mir mal ein Idiot Digga Ich kann Pack and Punchen Bleib nicht mehr Ich meine Ich bin Er Du Ich 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 bin die tut das bitte ein am leben bitte dich inständig alles fertig sag mal digga hast du ein problem mir das wunderwaffenteil zu geben oder so müssen wir beide mal kommen jetzt hier aber weiterkommst du absteigen den dritten weil sonst krieg ich ein problem und eine waffe was damit ich überlege wo war noch mal der letzte links hier es ist einmal einer beim ruby's rabbit einer ist bei doppeltfeuerbar spear einer ist in der nähe von der speed cola einer ist genau hier bei der speed cola hab ich noch nicht wenn ich dir helfen soll sagt nur kurz bescheid ich habe eine gepäck anstelle da kam einfach so riesen zombie train auf mich zu es ruckelt schon wieder ich habe das aufgenommen ja er ruckelt halt nur weil ich gleichzeitig aufnehmen wir deswegen und du bist schon zweimal verreckt und du nimmst es immer noch auf der stelle so zurecht dass es so aussieht ob ich der so war wenn du mir alles lassen könnte ist ohne spaß jetzt nein jetzt haben wir schwein der existiert nicht mehr hat sich in ein schwarzes loch verabschiedet meiner wunderwaffe ja dann weiß ich warum ich gerade so viele arschkrieche hat so einer bei dir ja ein paar viele eisvoll ja das ist der porno schuppen der porno schuppen ist da wo ich gearbeitet habe das ist der porno ich bin der cop alter ich muss hier in dieses puffmilieu das so übelst trennen die pinkes von innen so und jetzt muss ich zu dir wir haben wie drei magbars wir haben ein problem ich bleibe fest wir alle sind tot Kettenfalle kann ich sterben lassen oder lieber nicht nein das weiß ich mich auch nicht ich komme 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 wahrscheinlich du warum habe ich nicht überhaupt warum habe ich dich gerettet ich hätte einfach liegen lassen sollen nein nein warum ich war eingekennst und ich konnte nicht meiner schmerz ziehen warum rette ich diese versage auch jedes mal wieder ich habe trotzdem weniger gekillt mit du aber irgendwie fühle ich mich trotzdem besser ich weiß nicht warum wahrscheinlich weil du in runde 6 oder 7 schon verletzt ja aber du in so einer runde wie viel zu die kettenfalle war das den mag war auch voll gejuckt ey window